Hallöchen zum nächsten Trackcheck hier aus der Bikewelt Schöneck. Heute fahre ich für euch die Downhill-Line. Die Downhill-Line mit Einstieg über die Jumpline. Heute ist schon ein bisschen spät. Sonne ist schon fast übernunter gehen. Aber wie ich immer zu sagen pflege ein kurzer Run am Limit in Schöneck geht immer. Also ab geht's. Hase, Hase, Huuu. Oh 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 Oh! Da war jetzt ein kleiner Schockmoment dabei. Ich weiß nicht, ob man den Hasen gesehen hat. So, auf jeden Fall, das war die Downhill Line. Boah, ultra geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.